Diese Pläne dürften wohl die wenigsten erwartet haben. Laura Vontora, 35, hat verraten, wie sie in diesem Jahr das Weihnachtsfest verbringen wird, und dabei für eine große Überraschung gesorgt. Ein ausgedehntes Abendessen im Kerzenschein mit ihren Liebsten und eine besinnliche Bescherung unterm Tannenbaum kommen für die RTL-Allzweckwaffe in diesem Jahr nicht in Frage. Während eines Red-Carpet-Auftritts in Berlin offenbarte die Kölnerin gegenüber Gala, dass sie sich schon ganz bald einen kleinen Lebenstraum erfüllen wird. Für ein familiäres Miteinander im traditionellen Sinn bleibt da diesmal keine Zeit. Doch was genau hat die 35-Jährige geplant? Auf Instagram bringt sie schließlich Licht ins Dunkel und erklärt in einem Clip, Ich muss Weihnachten so ein bisschen vorfeiern, weil ich dieses Jahr über Weihnachten und Silvester im Urlaub bin. Wer jetzt aber an eine Laura im knappen Bikini denkt, die sich vor türkisblauer Meereskulisse im weißen Sand regelt und sich von der Sonne bräunen lässt, sollte diesen Gedanken gleich wieder verwerfen. Laura Vontora erfüllt sich Lebenstraum. 21 Tage allein in der Antarktis. Vielmehr begibt sich die Ninja Warrior Germany Gastgeberin auf ein eiskaltes Abenteuer. Da bin ich, glaube ich, 21 Tage in der Antarktis auf dem Wasser unterwegs. Allein, ganz mit mir allein, ein bisschen Me-Time, führt Vontora weiter aus. Die Solo-Auszeit am Ende der Welt möchte sie in erster Linie nutzen, um die vergangenen Monate zu reflektieren. Laura betont, es ist viel passiert dieses Jahr, deshalb freue ich mich da sehr drauf. Eine Begleitung nimmt die beliebte Moderatorin auf den sicherlich spektakulären Trip nicht mit. Seit dem Liebesaus mit Fußballprofi Simon Zoller, 33, im November 2022, gilt die Brünette als Single. Vonti erblickte im Jahr 1989 das Licht der Welt und trat später als Sportreporterin schnell in die Fußstapfen von Papa Jörg Vontora, 76. Inzwischen moderiert sie aber auch immer öfter Shows wie Grill den Henssler oder Deutschland sucht den Superstar. Vonti erblickt den Superstar.